Eine Sehbehinderung bedeutet, dass man Schrift sowohl aus der Ferne, an der Tafel, als auch aus Büchern nur sehr begrenzt wahrnehmen kann. Das heißt, sie brauchen eine große Vergrößerung. Hier hilft uns die Technik. Also die Sehbehinderung ist eine Behinderung, wo Technik viel helfen kann. Und da ist die Kinderhilfestiftung eingesprungen. Mit ihrer Hilfe haben wir hier ein beispielhaftes Schulumgebungsprojekt verwirklichen können. Die Lernumgebung mit dem digitalen Whiteboard, mit den PC-Arbeitsplätzen ist optimal, um den Schülern die Schulbildung zu ermöglichen, wie es auch nicht sehbehinderte Schüler sich verschaffen können. Die Kinderhilfestiftung ermöglicht es, durch ihre Unterstützung unseren Schülern einen gleichwertigen Abschluss zu erreichen, wie es nichtbehinderte Schüler machen können. Zusätzlich sind sie durch den ständigen Umgang mit dem PC bestens für eine Berufswelt später gerüstet. Vielen Dank dafür!